hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft let's play lucky block und mit dabei ist der julius wie ihr seht wir haben schon mal so ein bisschen weiter gefahren also wir haben hier tiere wir haben vergessen dass wir eigentlich ein bienstock hier hatten aber also das hat mir haben wir schon abgesichert und so haben wir noch mal ein bisschen angebaut und hier angebaut und ja drin hat sich nicht so viel verändert außer diese monobraue wir haben sie adoptiert haben sie aber wir haben sie einfach auf der straße da einfach gefunden haben einfach gesagt kommt das nicht mehr mit so ich stehe aber gleich heute ist bei euch noch mal ein bisschen anders dann nein nicht da rein kommt nein bau das doch nicht ab na das ist nicht ab so behandelt er seine besucher und du machst uns und so behandelst du deine gastgeber pascal ja ja genau und so handelst du die und machst gleich das haus kaputt noch mehr gold juhu ok du darfst damit spielen aber gut was heute so ein bisschen machen vielleicht haben vielleicht können wir heute erst da können wir heute schon unseren ersten lucky block öffnen wer weiß mit mir ok können wir anscheinend schon um es ist kein so ich gehe mal auch in die schlucht so ich versuche wasser zu landen das war jetzt ich sehe eine frage darf ein verrücktes haben wir einfach so rumlaufen unter aussicht unter aussicht in minecraft das ich bin ein echte Leben war zahlrein Polizei Oh hier ist ein Gang wo du lang gegraben hast Echt? Folg dir mal! Oh ne, ich bin viel öfter abgefahren, findest du dich bestimmt eh nicht Äh, ne es war glaub ich mein Gang mal Oh, ist mein Wort Hast du noch keine Frage? Jetzt gibt es das Bohrenrad von Gold hier ein Also, wo ist denn? Gibt es noch noch? Keine Ahnung Kann man dieses Wasser noch eigentlich stopfen? Hui, hier ist Lava Und hier ist noch mehr Gold Kann sein, dass wir heute sogar schon drei Hast du noch Fackeln? Ja, habe ich Warte, ich muss kurz mal das Wasser stopfen Zack Also ist die Frage, was für Lava gewonnen hat Ob wir malen oder schon abgebildet haben Keine Ahnung Ja, guck ich glaube ich sogar ab Mookräden Mookräden So So Oskar Pokrad mit kleinen Blöck Oder? Nee Nee Nee, doch nicht Das hat gerade sich immer nur nicht bewegt Ich wollte ihn zu hoch machen Ich geh mal hier lang So Das ist meine einzige Packel die ich noch aus Ok, ich mach es einfach Ähm, hat du erst nix? Ui, jetzt mache ich das aber nicht bereit. Wieso, wie explizit ein Küper neben mir in einer Wand, obwohl da keiner war? Das ist Mobbing. So. Ich werde noch mal ein bisschen Eisen. Ah, hier ist Lapis. Aua. Ich glaube, hier ist noch eine andere Seite. Aber stopp. Und hier ist noch mehr Gold. Aua. Ich pluppe, ich sterbe wieder. Ich save mal. Das reibt sich sogar. Das war mein Ziel. Ja. Immer ist er weg. Bestimmt's, Pascal. Immer ist er weg. Ja. Es ist einfach ein wildes Modus, was freiwillig läuft. Ich glaube, wir müssen immer starten. Kann sein. Hast du's? Ich muss sagen. So. Hier ist noch mehr Gold. Alter, hier ist ja eine ganze Gold-Ader. So. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Nein, wir müssen uns diesen Komm, geh weg. Habt ihr das Banser? Oh, da kommt mal Lava drunter. Hier ist Shopbol. Ich kann welche craften. Nee, nee, das geht nicht. Hier geht es nur mit Gold. Nur mit Gold umrundet. Ach so, okay. Weil ich weiß noch, bei anderen Mods war es so, dass man... Ja, ja, in der Java, äh, in der Java Edition ist das ja auch so, dass man mit dem Dispenser... So, ähm, ich hab hier noch... Ich hab schon 7 Gold insgesamt. Ich hab 2 Stacks, ähm... Das gibt es nicht, ich hab Dias. Ja, 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 die... Ähm, in einem... Ähm... War einmal... Und das gleich 5 Dias. Ich weiß noch, ähm, wo wir einmal auf der Welt waren. Und... Ich hab mich einfach nur runtergeworden, sofort Dias gefunden. Oh mein Gott, und ich hab gleich instant 5 Dias. Ich hab das gefunden. Du kannst ne Diaspitzhacke machen. Und jetzt... Und jetzt baut er sich... Jetzt baut er sich einen Diaspitzhacke. Ne, lohnt es sich. Was? Also jetzt schon mit Diaspitzhacke machen. Ja, auf jeden Fall, weil... Ich mein, wir müssen ja jetzt noch nicht sofort in den Neverend. Aber... Aber... Schon mal wenigstens aufsparen. Oder... Oder spar sie erstmal auf. Genau. Oder ich würd sagen, vielleicht können wir ja eine machen. Aber wenn schon nur eine. Also... Leute, schon mal Respekt an euch erst daraus, dass wir die... Acht Abonnenten geknackt haben. Ja... Ja... Ich hab auch schon... Ich bin auch schon voll. Also ich kann nicht mehr auf... Minimitarscombat voll. Ich hab Hunger. Wir können uns aber schon bald... Also ich kann halt übelst viele Eisenspitzhacke machen. Ich hab nämlich... Sehr, sehr viel Eisen. Ja, ich hab 19 Gold und 28 Eisen. Oh nein. Äh... Julius ist noch nie grad nicht da. Ich glaub wir werden gleich gekickt. Ja. So Leute, ähm... Wir warten noch kurz, bis Julius wieder da ist. Und die Welt wieder da ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So... Und... Jetzt sind wir auch schon wieder da. Ähm... Bin immer noch in der Höhle. Hab nicht viel Hunger. Hab nicht viel Herz. Und... Und... Jetzt sind wir auch schon wieder da. Ich versuche jetzt hier rauszukommen. Ähm... Julius und Pascal sind jetzt auch wieder da. Hello. Und... Joa. Weiter geht's. Oh. Oh, muss der Kies sein. Ich brauche mich jetzt einfach nach oben. Okay. Ich hab mir jetzt was ganz Gute bei Schölle gefunden. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne, 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 ich... Ne, ich mein jetzt nicht das. Äh... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Mann, meine... Eisenspitzhack ist jetzt kaputt. Ey... Niemand hier überall freut. Versteckt oder so. Ne. Ich hab grad noch mal 10... Also ich hatte 29. Und jetzt hab ich auch noch mal 10 Gute gefunden. Ja. 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 Wieso? Okay. Wieso? I love the lucky plugin. Aua. Hä? I love the lucky plugin. Was? Ich wollte grad einen lucky blocken. Ja. Hä? Das geht gar nicht. Ich glaub ich hab den überhaupt nicht gehabt. So, dann... Craft... Ja, ich hab mir jetzt eine neue Craft. So, dann baue ich das ab. Äh... Äh... Was macht ihr eigentlich gerade? Soll ich euch sagen, wieso ich dachte, dass jemand hier grad gecheatet hat? Was? Ja? Ich hab grad insgesamt, weil ich zwei mal 10 hintereinander gefunden hab. Äh... Also ich hatte 19. Ähm, halt von dem... Golderz und dann hab ich halt ne richtige Quelle gefunden. Ja und? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ach man... Er meint... Er meint... Very lucky block. Oh... Oh... Was ist hier überall kies? Ich sterbe gleich. Okay. Wir haben jetzt zwei normale lucky blocker. Wir haben random shops und zwei lucky lucky blocker. Kommt ihr zum drüber weg? Ja, ich muss hier erstmal hoch bauen. Oder wenn ich überhaupt noch überlebe. Schon wieder so knapp wie beim letzten Mal. Oh, Pascal. Pascal. Ja? Ich hab gar keine Hungerkeule mehr und ein halbes Herz. Äh, wo bist du? Also... Ein kleines Ding und ich bin tot. Ich war schon so schlimm. Ich mein, in der Arbeit muss Armin fehlen. Du blockst. Du blockst. Ja, jetzt hab ich den Skin. Das ist egal. Ich hab die Schindel. Oh, Mini-Schlag. Oh, ich hab so viel Eisen schon gefunden. Oh, ich muss eins hier. Ja. Ich ess gerade Karotten. Und jetzt Karotkas. Nein. Ich warte an, ich muss was machen. Ich glaub, das ist jetzt wieder voll. Ja, also Sau, warte. Nein, ich bin tot. Warte, sollen wir aber diesmal vielleicht Honig draus nehmen? Können wir mal machen. Weil den Beanstalk haben wir jetzt schon. Wir haben wirklich Glück. Wir haben wirklich so viel Flüchtige für das ist. Das war außerdem. Boah, guck mal, wie viel Gold wir haben. Ja. Fast ein Stack. Da können wir ja noch mehr anklappen. Können wir das mal geben. Weil ich gerade noch ein bisschen leise. Wer hat noch Lappes? Wer hat noch Lappes, oder? Doch, ich. Gott, Mann. Ja, ich. Hier kriegst du es weg. Soll er meine Gold? Hast du ihm Lappes gegeben? Ja. Ich auch. Ich brauche noch Gold. Voll schnell. Ich habe doch gerade... Nico. Oh, das muss doch gerade. Dann können wir das nachher machen, okay? Wollen wir jetzt erstmal Lacki-Blöcke öffnen? Ja. Warte. Komm. Wie viele Lacki-Blöcke hast du? Ähm, vier. Warte, warte, warte. Okay. Okay, vier. Äh, das passt nicht. Äh, wir sind zu dritt. Nachher haben wir ja noch mehr. Okay. Ähm. Setz mal zwei noch hin. Das ist meiner. Ja, der kriegt mal wieder den Bonus. Okay. Drei, zwei, eins. Abonn. Und? Ich habe nichts bekommen. Ähm, ich habe... Ich habe ein Gold noch. Warum habe ich so viel Pech? Ich habe schon noch ein Gluck. Gluck. Ich habe nichts bekommen. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. So, fällig. Okay, jetzt ist es eine Revanche. So. Die war nicht dort. Nicht dort. Die Pilzkuh. Hier, die go. Die go. Hier. Nein, ihr bekommt den nicht. Meiner. Das ist... Man hat den aufgesammelt. Aua. Das ist meiner. Das ist der Natur. Meins. Leute, denkt ihr, wir brauchen uns Stärke tragen? Ja, aber halt den mal. Ähm, spart den... Also, wir wollen ja Meinschaft durchspielen. Spart den auch. Ich bin wirklich lang und süchtig, Lucky-Blocken zu öffnen. Unboxing. Macht euch aber niemals Lucky-Blocken mit Redstone. Das sind Unlucky-Blocken. Und was ist denn Lucky? Na, die bringen... Na ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kenne die Eigenschaften. Ähm, aber... Aber hoff, 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 hoff. Gib mir doch auch mal. Wieder einfach die ganze Knöpfe braten. Und jetzt fliege ich mir durch. Und hat nicht immer das Zeug an. Tja, Pascal, kriegst nix. Wie lange willst du da noch warten? Ey! So viel Schaden hab ich dir nur auch nicht gemacht. Hör auf! Hör! Nein, nein. Nein, stopp! Meine Gold! Ich hab grad meine Goldfußplatte an. Tja, verdient. Einfach verdient. Na gut, das darfst du jetzt haben. Ich mach mir nur meinen kleinen. Wenn ihr jetzt nur auf Gold und so seid, soll ich mir die ganze Zeit eisen. Ja, ich auch. Ähm, Pascal, hast du eigentlich schon mal Wolle für ein Bett zusammen? Nuh-uh. Das würde ich mal tun. Hat jemand Holz? Ja, warte. Äh, hier. Ja, das ist nix. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. habt ihr jetzt alles alles verballert oder ist doch was da ich dann auch mal eine rückdome kommen die sind reisen drin man werden jetzt anbaut mir die wolle weg pause nico schlaf nico nico man ich muss das ich muss was wichtiges machen ich kann mal wieder rein auf und ob wir aus den lucky blocks noch gute items bekommen das sehen wir in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne eine positive bewertung da wird uns dreien auf jeden fall richtig richtig freuen lasst doch gern noch ein abo da und vergesst nicht die glocke zu aktivieren damit ihr kein video mehr verpasst dann würde ich sagen war es das von dem video und tschüss das ja 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 Vielen Dank.